Früher kam ich oft ins Rotieren. Haarbruch und Spliss standen meinen langen Haaren immer am Weg. Jedes Mal dasselbe Spiel. Einen Zentimeter vor, zwei zurück. Schluss damit. I don't give a centimeter. Weil ich was Neues hab, um meine langen Haare zu pflegen. Mit dem neuen Elvital Dreamlinks bestimme ich, ob die Spitzen abkommen oder nicht.